1. Mai 2023 in Freiberg. Bei einer von der Gewerkschaft DGB-organisierten Demonstration auf dem Schlossplatz fand sich unter anderem Prominenz wie Dirk Neubauer, Landrat von Middlesachsen und Ministerpräsident Kretschmar ein. Was Herr Kretschmar am 17.08.2021 im bzw. vor dem Tifoli nur bedingt hinbekommen hat, holt er heute nach. Er unterhielt sich unter anderem mit Freiberger Monderspaziergängern bzw. generell seiner Politik kritisch eingestelltem Volke. Ob bewusst oder unbewusst kann ich nicht beurteilen. Interessant war jedoch, dass neben den ca. 5 Personenschützern bei seiner Abreise 10 vor 12 nahezu die komplette Polizeipräsenz in kurzem Abstand ebenfalls verschwand.